wie geht leute welcome back to another video von mir ich weiß gar nicht wie ich das video nennen werde wieder wird wahrscheinlich wieder so ein lifestyle vlog was auch immer aber ich habe keine ahnung warum ich so viel energie habe sagt mich nicht heute hat mein bruder musa geburtstag hat geburtstag ja wir gehen heute bowling spielen da nehme ich einfach mal mit ich habe ja sonst nichts anderes zu tun deswegen nehme ich euch einfach mit ein bisschen bowling spielen und ja ich nehme mich mit das ganze ein bisschen begleiten bis zum bloggen da werdet ihr auch sehen so wer meine freunde sind seitdem ich hier in chemnitz bin die menschen die ich kennengelernt habe seitdem ich hier bin und ja jeder kann sich da ein bisschen vorstellen da dann wisst ihr so wenig zu hängen wenig zu chille genau let's go weil so gehe ich nicht was ist das denn hier schon wieder leute ihr wisst gar nicht glaubt auf mein warzone rausch wieder wieder angefangen warzone zu spielen mit meinen freunden mit barberino gabi gestern gespielt und vor paar tagen mit mit ansbach anzi alexis jason wieder gezockt und dann spaß zu machen und ich habe einen twitch account folgt meinen twitch account und vielleicht werde ich anfangen zu streamen ein bisschen wenn ich anfangen zu zocken aber ich bin nicht ehrlich ich bin wirklich nicht gut ich bin ehrlich nicht gut lasst uns losgehen sonst komme ich zu spät ich liebe es zu spät zu kommen aber gabi hat mich gefragt ob ich noch eine runde spielen will 2er warzone vielleicht wird das auch gleich passieren oder ziehen wir uns um was denkt ihr zieh ich mich jetzt um oder spiel ich noch eine runde wie ihr sehen könnt habe ich mich dazu entschieden noch mal online zu gehen rufen mal geil gabi mal schauen ob er was zu sagen hat warte mal schon die kopfhörer raus gabi hörst du mich was was zu sagen zu meinen zuschauern ich mach mal hier kopfhörer raus leute ich habe nicht viel zeit ich habe nicht gesagt ich gehe gleich zum geburtstag deswegen werden sehen wie viel qualität in uns steckt wir haben vielleicht so 40 minuten ungefähr ich muss ja noch anziehen ob wir in dieser zeit schaffen einen wind zu holen machen wir es kurz und knapp hätte ich euch gezeigt gehen wir ich bin gerade am runtersprinten weil mein bruder jacin holt mich ab und er wartet schon seit 5 minuten auf mich unten ja hoffentlich ist er nicht so groß für die community ich bin 21 jahre alt ich habe mal mit stress zusammenspielt Das war mein bester Mitspieler bis jetzt. Mein Nigger. Wir sind auch so sehr gut befundet. Das war's. Wie ist er? Mhm. Ousse Schokolade. Ousse Schokolade. Komm, wir machen ein Foto zusammen. A family picture. A family picture together. Komm, komm, komm. Setz dich auf deinen Schoß. Oh. Uh oh. Wow. Oh my God. Sie ist nicht. Na? Was willst du noch mehr? Was willst du noch mehr? Ist die Frage. Deine Frage. Danke. Drei. 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 Wir haben noch ein bisschen mehr kommen, wenn ich sie möge, wen möchte. Willst du mir ein Föber, bitte? Get out right here. Get out right here! Du bist bei den Beine. Du schaffst es dir. Schau, wer kam. Mein Mann, Mo! Was machst du, mein Mann? Du bist gut? Du bist gut? Hast du was zu sagen für die Community? Always! Gang! Wir sind hier in der kleinen Spiel-Ecke, wo normalerweise Mo hingehört. FBI, open up! Getschen! Moussa, Moussa! Ayyyyy! Ich bin der Leiber. Was haben Sie diecost? Aaah! Stürmer! Endlich mein Favorit. Endlich ist mein Favorit dran. Solid 903. Das ist enttäuscht, aber es ist okay. Es ist okay, mein Löwe und mein Bär. Wie fandest du dein B-Day bisher? Was ist los, Alter? Ich kann nicht mal mehr weben. Okay! Mr. Swiss! Komm, komm, komm. Du bist schon da dran. Ihr habt nicht gewusst, das ist nicht. Basketball-Line. Let's do this, Mike. Warte, warte, hast du Internet? Hast du Internet? Ach, das ist der Fan Internet. Ich will das zu machen. Ihr wisst gar nicht. Ich baller. Was? 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 Körst du? Oh, diese Open Top, ihr wisst Bescheid. Weil wir haben ja 20 Grad, ne, auf den 25. Ich bin gerade in Hawaii, wie sie mich meinen. Nero, hey! Nach Hawaii! Zu Hause. Es war ein entspannter Abend. Ein cooler Abend, wir waren ein bisschen hypaktiv drauf heute. Aber ja, was soll's. Wir hatten sehr viel Spaß. Moussa, an dieser Stelle nochmal Happy Birthday. Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, so ein Chill-Vlog, was auch immer. Liked, kommentiert und lasst ein Abo da. Wir sind fast bei 1000 Abonnenten. Oder was machen wir, was machen wir. Bei 1050 Abonnenten, verlose ich ein Trikot. Verlose ich ein Trikot. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, trotz allem, seid mir nicht böse. Liked, kommentiert und subscribe to the channel. Lasst ein Abo da. Bye.